hallo und herzlich willkommen zurück bei der mutiger neue folge starke 2 mit mir mit dem mutiger mit potos gegen einen zehrgegner auf die karte heißt gedächtnis sagt mir das auch nicht schade die exe Oh, hab ich ja ganz verbaut, naja, gar nichts. Okay, Echse steht schon. Wir wollen selber eine Echse. Das Problem ist halt, ist jetzt ziemlich offen in einem Gebäude hier. Das Problem ist, dass ich mich total verbaut habe. Na egal. Ach, lass uns einfach weiter aus den Nägel nehmen, ne äh, so über Sonde. Ihr habt nicht gelüten Mineralien. Gucken wir mal, ob er eine dritte baut. Wir wollen eine Adepten, Krone wussten die Adepten. Schicken wir nur Fünfer vor. Und der dritte baut er noch nicht. Ich? 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 Ich bin vorbeigesneakt. So soll es geschehen. In die Schlacht. Niemand kann uns aufhalten. Möge euch der Tod schnell erheilen. Ich bin der Wille, das Hierarchen. Und wieder zurück. Wir holen jetzt noch den Overlord. Zwei Gates. Okay, ein Robo. Ne egal, jetzt wer geht's. Was wünscht ihr? Robo-Lot haben wir gekriegt. Das ist die Leere. Ich bin hier, in die Schatten. Luftopfer Türmchen hat er ja noch nicht. Deswegen gehen wir im Orakel gleich schön drauf. So ein Robo hab ich leider noch nicht. Oder? Nein. Gehen wir mal nochmal hoch gucken. Oh. Shit. Ja, bestimmt. Oh mein Gas. Na. Wo die Gates? Sie brechen durch. Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Ich füge nicht. Uh. Hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ihr habt nicht gelegen Mineralien. Ihr müsst zusätzliche Führer. Wo werden wir gebraucht? Warfels Online. Wir sind da. Ja. Augenblickend das hier noch. Oh, stehende Haufenlinge da. Okay. Ich bin Schatten. Sie brechen durch. Für die Ehre. Scharazul, du Templari. Na, verrasch. Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Da hab ich die nachgekriegt. Mein Leben für Arjur. Ihr benötigt mehr bis... Ernolt die... So, wir brauchen unbedingt Storm. Ihr benötigt mehr wie Spinngas. Das haben wir jetzt auf jeden Fall genug. Da kommen wir mal stehende Walinger. Zeit für den Kopf. Ich füge mich. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Mein Leben für Arjur. Ohne Interpylonen. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ich darf euch hier mein... Templar Archive bauen. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ihr müsst zusätzliche... Ich hab doch grad Pylonen gebaut. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Mein Leben für Arjur. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. So, Storm. Mein Leben für Arjur. Und... Wir sind... Schon wieder Pylonen, ey. Ich raste. Ich hab grad einen... Millionen Pylonen gebaut. Wir müssen auf jeden Fall jetzt los. Vielleicht nicht über die Mitte. aber... Mir ist kein Mineralien. wie videren. Also ich hab mettet'sutter aus. ich würde be Christians cashen, jetzt bauchten belts geben. wird nicht schnell eingef prostitas zu holen. Jetzt verdanni SlowlyCar. Kommten schnell raus, Euer Denken gleich den Meilen. Ich vernahm euer... Das ist viel. Ne? So, jetzt haben wir Storm, jetzt kommen wir rauf. Erkliert euch, Herrscher. Erkliert euch, Herrscher. Erkliert euch. Ich bin euch, Herrscher. Wir sind das Licht. Nicht geliebigen Energie, Herrscher. Erkliert euch. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... So, verloren haben. Ach, hab ich auch keine... Ein paar Kolosse wär noch gut gewesen, ey. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr benötigt mehr Wespingas. Loser, die Templar. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Shit. Die Base hab ich nicht gekriegt. Das ist vorbei. Mein Leben für Ajoa. Er hat doch auch echt viel, ey. Er hat mir die Base hier gehabt. Dass er so viel produzieren konnte. Ihr benötigt mehr Wespingas. Mineralien fällt erschöpft. Erdacht. Was nicht mit mir noch? Er toutes? Von Dwot einem Verkehren schafft. Wenn die Nopeen nicht mehr bedriftlich sind, badant. Ich bin.. Suprem 8 Ne Charlott. Jetzt kommen sie. 2-2er, GG GG Da hab ich's verloren Da war meine Army wahrscheinlich nicht stark genug am Ende, ja, naja, eigentlich war's schon ziemlich stark, aber irgendwie, ja, Storm war zu spät, sonst hättest du es auch geschafft, so, ressourcen, ja, sehr kalt, Upgrades haben mir auch gefehlt, war aber kein schlechtes Spiel, also, war relativ gleich aufgerückt, ich bin schon wieder die A3 runtergerutscht, und, naja, egal, darf ich sagen, sehen wir uns in der Endkarte, und bis dahin, tschö tschö So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Mutti-Bären, StarCraft 2, wenn's euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren, und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge, und unten rechts gibt's dann ein anderes Projekt, und ich sagen, noch einen schönen Abend, und bis zum nächsten Mal, euer Mutti-Bären, tschö tschö Bis zum nächsten Mal, euer Mutti-Bären, tschö 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 Untertitelung des ZDF, 2020